ARD Text im Auftrag von Funk Ein herzlicher Frischlöser Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu OboMutsch, mit... Der Nilfjörst hat mich tatsächlich angenommen, der erste Mal, ey. Ich bin Fan der ersten Stunden-Elgoro bei. Das Witzige, mir hat das noch nie jemand geschrieben. Ich dir gestern, hast du doch Zehner bezahlt für, dass ich dir das in Twitch-Chat schreibe. Ja, stimmt. Ich treff ihn nicht. Fan der ersten Stunde. Danke. Haben wir hier wieder? Äh, ja. Mercy hinter dir. Wir haben auch Lust für... Nee, Mercy. Das ist ja nichts. Ich bin da... Ähm... Wieso bin ich denn tot und Mercy mich gekillt... Warum bin ich denn tot? Die haben fünf... Das ist nur ein Supporter-Team. Ja, die wollen... Abfacken. Das ist ein sechster Team. Das war witzig. Oh, das ist natürlich scheiße. Ah, Moira ist in der Tür hinten. Hinter dir ist Moira... Ja, die saugt sich grad aus. Ja, die hat mich ausgesaugt. Aber jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Bei die Sim. Wenn die Sim noch keinen Tele gestellt hat. Ja, ist sehr gut. Hat sie. Doch, Tele haben sie. Hat sie. Der ist direkt hinter der Tür. Oh mein Gott, ich hab den... nicht getroffen. Es ist aber egal, wenn wir auf dem Punkt stehen bleiben, verschwinde der T-Leer danach. Er macht die Ult an, bevor er eine Granate trifft. Oh Gott, ey. Heroes never die. Äh, was mach ich denn jetzt? Take a knee. Ich fahr jetzt mit der Payload durch, ne? Hey. Du, Sekunde. Der hat mich weggebuckt. Der war volle Pulle. Du bist voll weggefetzt. Wollt sitzen bleiben. Eine Runde lang. Schön auf der Payload chillen. Oh Gott, das sind alles so kleine Supporte, die triffst du voll schlecht mit McQueen. Er hat Sim gedienst. Play of the Game. Play of the Game. Nivya hat Game of the Play gekriegt. Was ist da hinten? Das, der Zen. Ja, nee. Worin die alle hin? So. Joa, keine Ahnung. Ich treff den Zen nicht. Er ist zu klein. Ist doch mal ein netter Sieg, würde ich sagen. Weiß ich noch nicht. Gab's nicht dran. Hinter uns. Oder? Nee, der Zen ist oben. Nee, der Schildgenerator meine ich. Wo ist der? Die reißende Kraft. Oh, der Zen. Nein. Die machen aber ganz schön viel Damage dafür, dass nur Supporter sind. Ja, das ist die fucking Mercy mit ihrer Pistol und die Sim und die Smoyra. Die machen den Damage. Und der Zen schmeißt seine Kugeln drauf. Die machen... Also Supporter machen nicht wenig Damage. Das ist es halt. Okay, alles auf Anfang. Ohohoho. Ey, weh, du plausst wie das Play of the Game. Weiß ich gar nicht. Was machst du denn gegen Supporter? Nimmst du eigentlich Tanks, ne? Dann nimmst du eigentlich nur ganz viele Tanks, ja. Ist aber witzig, dass das erst mit Moira möglich ist, dass du alle Supporter nimmst, ne? Fuck! Wo ist sie? Oh mein Gott, die Türme haben mich gemacht. Ich nehm jetzt nen Tag. Der Reinhard prügelt sich da nämlich durch. Der macht Ulti und pfeffert da jetzt einmal durch. Ja. Ja, jetzt haben wir, glaub ich, gewonnen, oder? Du ist just weg. Ich mach jetzt so ne Zoning-Ult und dann geht's ab. Na, mach mal. Die Stunde hat geschlagen. Siehste? Jawoll. Gesowned. War aber, war ja immer ganz lustig von denen. Ah, ich hab ne Rakete. Gerade ist Sieg. Ah, ich hab hier auch das coole Intro. Cool Guys, don't look at... Look at Explosions, man. Wow. Wow. Was denn? Sag, wir ranten sonst mehr wird Genji. Ja. Und? Ich hab nicht nur Q gedrückt. Ich hab auch E gedrückt und links klickt. Okay. Schön, dass meine Arbeit geschätzt wird. Der Reinhard hat eigentlich das Spiel gewonnen für uns. Eigentlich. Ich hab nichts gemacht. War nicht so meine beste Runde. Aber damit rechnet ja auch keiner. Und ich guck und seh... Okay, die haben drei Supporter. Vier. Fünf. Warte, die sind alle Supporter? Ich hab ne Lootbox. Mach auf, mach auf! Stell! Nein, schaffst du nicht! Oh! Was blau ist! Wenn nix golden ist. Oh! Das ist ja nicht schlimm. Weißt du, sonst brauchen wir ja ewig, um Match zu finden. Ja eben. Jetzt sind wir auf Junkertown. Junkertown! Junkertown! Der echte? Der echte Junkertown? Der echte Junkertown. Was ist das mit... McQueen, Genji, Widow... Was ist das damit? Das sind immer die... Vielleicht noch ne Tracer. Die nervigsten Helden. Ja... Was sollen wir jetzt machen? Einzel tanken und healen, oder was? Ja. Was stellen die sich vor? Auf Verteidigung! Ich weiß nicht. Ich nehm jetzt einfach irgendwas. Torbjörn, ready to throw! Bastion, ready to throw! So. McQueen bleibt erschüttert stehen. Pass auf, gucken wir mal. I was DPS first! I was DPS first! I was DPS first! Der Hans ist Level 15. Ne, 1215. Dann werden die Sterne schon wieder nicht bei mir angezeigt. Lassen uns loslegen! Der Mond ist vollem Mars erreicht. Beginnt er bereits zum Schluss. Der Mond ist vollem Mars erreicht. dieser Warter Reich zu schwindeln. Das ist wustig, dass sich keiner beschwert. Die Leute sind schon so abgestumpft. Das beschwert sich einfach keiner. Die Leute sind schon so abgestoben. Ja, was darf man sonst dazu sagen? Tracer ist durch. Kannst du nichts zu sagen. Deine Aufgabe. Wie der Bashin auch seine kleine Mütze noch aufkommt. Alle sterben. Ja. Die haben auch einen Tank und einen High Lab. Und ein Fünferteam. Oh, wir haben ein Lucium. Okay, dann will ich mal nicht so sagen. Aua. Hanse weiß, wo ich bin. Oh, yo. Sehr gut, Lucium. Hast du gut reingeloggt. Aber ich habe auch rausgeballert. Das war auch ein Fehler. Wie, Torbjorn ist nicht mehr am Throne? Was ist das denn? Torbjorn ist nicht mehr am Throne, Alter. Jetzt Diva. Torbjorn ist nicht mehr am Throne. Oder irgendwie was. Go back to CSGO. Go back to CSGO. Ah, es macht doch keinen Spaß. Ich glaube, ich muss switchen. Ja, aber warum empfinden nur wir das Bedürfnis zu switchen? Ich weiß auch nicht, warum nur wir das Bedürfnis empfinden. Weil wir normale Menschen sind und uns schlecht fühlen. Ich weiß es nicht. Oder weil wir nicht jedes Spiel verlieren wollen. Die wollen ja auch alle nicht verlieren. Die flamen ja auch rum. Hanso Slow. Das war mutig von Hanso. Wenn ich ihn besser getroffen hätte, wäre er vor mir gestorben. Ich versuche jetzt was. Was versuchst du? Fahrrad? Fahrrad. Okidoki. Wo bist du? Rechtsrum. Ich pocketmercy dich. Oh, come on. Wo bist du? Unten im Haus. Hanso habe ich. Nein, genau. Okay, jetzt kann ich dich pocketmercy hin. Ach, du bist was? Damage boosten, Damage boosten. Healen, healen. Oh, jetzt haben wir gerade zwei am Abend. Wir sollten reingehen. Oh nein, ich bin tot. Oh, du bist so wahnsinnig. Das geht nicht mehr. Es geht. Selbst mit Ult. Selbst mit Ult hättest du fünf Jahre gebraucht. Ich kriege dich. Ich glaube, Mercy muss ja irgendwie so die Hand in das Totenreich bringen. Weißt du, und wann dir die Hand zu reichen. Und dann, um dann, die muss vom Arzt noch eine Unterschrift holen, deswegen dauert das so lang. Jetzt hier raus. Nicht an Ertod. Trace, okay, das funktioniert auch nicht. Die hat mir die angeheftet. Und dann standen wir da zusammen drin. Ja, ich weiß. Kann mir auch nicht mehr raus. Gleich mal eine Ulti. Eine Ulti. Das ist Try Tracer. Och, come on. Ich hasse ihn. Ich kriege dich da vorne nicht. Der Sender wäre tot gewesen. Der Sender hat aber Kuh gedrückt. So eine Pussy, weißt du? Obstache er selbst ist safe. Der Hansa hat uns beide gekillt, tatsächlich. Ich würde bitte aufhören zu sterben. Ja. Hartnervig, Mann. Hat er ins Gesicht geboxt. Wer ist denn da hinten? Los, Führerser. Führerser. Hilf mir. Ist tot. Ach, du rest. Okay, ich dachte jetzt, sie feindlich resten. Ich habe endlich mal gerest. Nein. Ich weiß nicht, dass das so lange dauert. Du kannst resten. Wie viele Scheiß-Bubbles hast du, Mädchen? Oh mein Gott. Was machst du da? Flieg weg. Hat sie gut. Battle Mercy ist das Einzige, was noch gut ist. Wie du noch in den Raum geguckt hast. Ach, nö. Da sollte ich jetzt nicht rein. Mal reingucken. Da lügt ein Affe. Nee, das sind drei Gegner. Nee, Mathe sagt nein. Gib mir diese Mercy. Hinter mir, Nefi. Ich kann nicht. Mein Gott, warum ist die Mercy denn schon wieder? Oh mein Gott. Alter, was brutzelt mich denn hier so hart runter? Der Hanse und die Zaya oder was? Nee, der Zen. Der Zen ist das Problem. Wie kann denn das sein, dass manchmal die Gegner mit Mercys besser sind? Wie kann das sein, dass jemand besser ist als ich? Wie kann das sein, dass jemand besser ist als ich? Was hast du da? Ach so. Nimm. Den besten Spray. Badminton Mercy. Ach ja. Hat wieder jemanden belebt. Ach, schön. Wieso haben wir immer die Kacksteine beim Team? Äh? Nicht immer, aber öfter. Lucio. Ich guck mir nochmal Badminton Mercy an. Ist die sexy? Ich will was sexy gesehen. Oh, verdammt. Huch, die hat aber ganz schön dünne Beine, die Tracer. Klassik. Klassik. Ja, Sarim, was hab ich gerade gesagt? Guck mal, die Sniper war nicht mal in der Ult. Wo waren die Sniper? Wo waren sie? Es ist public, don't cry. Es gibt keine privaten Overwatch-Server. Gibt's nicht, alles ist public. Labert nicht vom Public. Oh mein Gott. Don't cry. Und da will er im Team stayen? Bestimmt nicht. Ich hab gemeintes machen, ja. Das wird scheit immer noch ich. Tschüss. Na komm, noch ne gute Runde. Eine, ne? Heute Überlänge, sagst du? Ja, wieso? Geht doch erst ne Viertelstunde, oder? Müssen die Leute aber, müssen wir noch klammern, dass das ein Fünfer mehr kostet, ne? Kostet ein Fünfer? Ich schalte jetzt Werbung. Ich wollte gerade sagen, das kostet ne Werbung mehr. Die guckt ihr jetzt alle ohne Adblock. Und dann ist cool. Und klickt alle drauf. Boah, dann. Jetzt konnte ich mir nicht mal die Sachen angucken, die ich in der Box gekriegt hab. Deine tollen blauen Sachen, das tut mir hart leid. Mir auch. Das war bestimmt Geld. Blaues Geld. Oh. Ja, dann kann ich ja Hans und Widow nehmen. Nein, Widow wurde ja schon abgenommen. Stimmt. Attack auf Tempel des Anubis. Tom, you're ready to throw. Oh, okay. Doomfist. Ready to throw. I'm tired of playing, wo I see. We have a Diva main that's playing Doomfist. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich main main. Du mainst gar nichts. Du spielst irgendwie alles immer ein bisschen. Laut meinen Stats. Bei all modes, ne? Soldier, habe ich 36 Stunden, Diva 34 Stunden, Bastion 32 Stunden. Alles, was unbegrenzt schießen kann, quasi. Boah, Leonardo, wenn du noch mehr... Boah, Leonardo. Du bist selber Healer. Geh mir nicht auf die Eier. Hallo, alle. Leonardo, gehen wir nicht auf die Eier. Ja, das nimmt eine Keeling. Bestimmt Genji main. Warte mal. Ne, Farah. Genji, Farah und Genji. Ich sag's noch. Lull. Was ich gecallt? Ja, Farah, man ist playing Anna. Hat da irgendwas Schaden gekriegt? Nö. Die haben einen Torbjörn. Hmm. Surprise. Komm, hör, warte, ich halte dich. Danke. Wenn ich da jetzt so reingehe... Warte, du bist allein. Ja. Wenn ich da jetzt so reingehe, bin ich tot. Ja, da hat er alle seine Minen. Alle fünf, die er hat. Wenn ich da jetzt so reingehe. Ja, war schön. So, war schön. Könnte wenigstens einmal lachen. Du willst da ja jetzt mehr Schüsse kriegen, ne? Das macht ihn inwiefern wertvoller? Das weiß ich auch nicht. Er soll mehr Schüsse in seine eine Faust kriegen. Dafür sollen die weniger Schaden waren. Vincent, spring mir doch nicht aus den Healer. Ich weiß nicht, was das bringen soll, weil... Wenn er dadurch ja weniger Schaden macht, dann ist das ja völlig... Völlig gleichgültig, oder nicht? Oh, lol. Ja, so ein Reinhard-Ding haben wir doch ruhig mal weggebrochst, ey. Ja, wer hat die vier Golds? Ich weiß ja nicht. Bestimmt nicht der Healer oder so. Okay. Die beiden Healer sind auch an Fire. Den Reinhard hast du gut weggebrochst. Ja, der ist so boring weg... Steht er damit am Schild und denkt... Ja, da sind Junk mit meins am Start. Safe, ey. Nice. Und Ruff. Ah, sein Ult. Nein! Jetzt bin ich tot. Ah, der Reinhard hat Ult gehabt. Ey, scheiße. Oh. Ich dachte, da konnte ich aufräumen. Nee, nee. Eigentlich haben wir gut angefangen. Gut reinge... ...reingethrowt. Ich hätte meine Ult-Events sein sollen, ne? Ja. Die, weil ich hätte dich gehalten, wenn du nicht so weit nach vorne gelaufen hast. Oh, Goro. Das kann ich nicht... So weit kann ich nicht heilen. Das ist aber gut, wie das ganze Team so zurückge... Ey, ja. Oh, Dufus geht vor. Lass mal zurückgehen. Lass mal gucken, was passiert. Also ich hab Meteor-Strike. Oh, nö. Oh, nö. Da ist ein Turm links um die Ecke. Mit Ult. Links um die Ecke? Ja, ich weiß nicht, ob dein Meteor-Strike den kaputt kriegt. Wahrscheinlich, wenn er nicht mehr ne Ult ist. Ich kann ein gegnerisches Geschütz ausmachen. Junk-Red-Bereich! Lassen wir es krachen! Fire-Ass, ich nimm's dir nicht übel, weil du Level 39 bist. Aber von Winston auf Junk-Red wechseln ist jetzt... Ja. Kann man machen. Ne? Ich verstehe das heute nicht, warum Doomfist in der Melee-Attack der kleinen Faust. Nimm meine kleine Hand. Ich hatte grad einen Lucer gebumst. Toll. Toll. Oh, das Geschütz hat ein HP. Wow. Hast du mit der Ult draufgeprügelt, oder? Ne, ich hab Rechtsklick gemacht. Da hätt ich Melee-Attack machen sollen. Dann wär's kaputt gegangen. Ich hab Ult. Let's go, Leute. Natürlich! Ja, klar. Der war gut, Goro. Alle haben's gesehen. Der Reinhard, der ist aus meinem Meteor-Strike rausgegangen. Ich hab's gesehen. Und hat dann gecharged. Der Arsch. Der ist vor seinen Füßen gelandet. Und er so, oh, guck mal, Essen. Und er nur shift. Den Dusio ignoriert auch jeder, ne? Da ist er auf der Pirsch. Oh, ich kann dich doch nicht heilen. Jetzt kann ich dich heilen. Oh, ich muss einen anderen Hero spielen. Irgendwas, was Damage machen kann. Etwas, was viel Damage machen kann. Das könnte klappen. Die haben kein Jetzt-Kan. Die haben keinen Jetzt-Kan. Ja, taubeln halt, ne? Ja, aber da kannst du mit deinen Raketen aufhören. Heila! Halt die Fresse. Komm. Thank you! Töte was? Nee, jetzt gerade in der Situation nicht. Heila! Das Schöne als Heila ist ja, du musst nur drauf warten, bis die mal reingehen. Weißt du? Du musst eigentlich nichts machen. Du musst dich pushen, von dir aus so. Hamilton Court. Kurz mal verstecken vorm Reifen. Alles gut. Kannst du heilen? Kannst du heilen? Äh, nee. Ich kann resen, warte. Ich bin hinter dir. Also. Danke. Reicht. Sie hat mich geehnt. Bist du das? Ja, ja. Habe ich mein Throat nicht mehr? Oh mein Gott. Immer wenn ich... Zählt das? Das zählt! Null! Hex. Das zählt. Ich habe auf der Brücke gerestet und bin runter. Ich stand unter der Brücke, habe aber auf der Brücke gerestet. Weil Divas Seele da überall war. Ne, Divas Seele lag auf der Brücke. Ich habe auch oben auf der Brücke angefangen, aber bin runtergefallen, aber sie resten weiter. Ich brauche Heilung! Das sollte helfen. Genji ist low. Genji ist wieder voll. Meine Diener, Skarrenic. Danke. Hey, der feindliche Junkle ist weg. Och, Divas, warum pusht du denn immer und machst dann so einen Rückzieher? Das... So wird das nix. Prinzipiell ist es ja nicht schlecht zu pushen. Ja, nee. Aber nicht immer schnell zurückzuziehen, wenn man dann mal einen pick hat, weißt du? Oh mein Gott, der Genji wäre fast tot gewesen und keiner killt den. Er hat Reflected, deswegen konnte ich leider nicht. Torbjörn ist hier links. Diva pusht rechts gerade. Mit Ult. Ne, nicht mal mit Ult, aber sie fliegt rein, dass wir nicht hinterher können. Das ist auch gut. Ich habe Ult. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott, haben wir mal einen guten Push. Oh mein Gott, er hat mich aus der Luft geholt. WTF, Mann. Fucking Genji. Ult, ey. Sehr gut. Haben wir es jetzt? Ja, sehr nult. Nee, noch lange nicht. Rein hat dann auch goldied. Ich bin Genji. Du bist fünf Meter in der Luft. Ich hole dich trotzdem runter. War ein guter Push, aber... War auch. Unsere Würde heute jetzt hier reisen. Nee, jetzt. Aha. Dabei fand ich, Diva hat eigentlich einen okayen Job gemacht, als wir dann gepusht haben. Ja, wenn sie push gepusht hat, war gut. Gut, aber der hat ja zu oft Rückzieher gemacht. Die ist halt rein und wieder raus. Und da stirbt jemand. Das bin ich gewesen. Oh nein. Dass ich das überlebt habe. Okay. Der Dings ist tot. Die Dive with Mercy to kill me. Ja, Widow. Das ist ein Problem. Du warst dagegen. Switch. Sind wir wieder schuld, weil du... ...stirbst du das? Ich habe jetzt Hit-Scan. Ja, das ist kacke. Auf den Punkt, auf den Punkt, auf den Punkt, auf den Punkt. Oh, nee. Down. Blind Team. Ja. Sagt. Die Widow. Ach so, nee, das war Widow, ja. Ach, ja. Warum müssen wir uns wieder in Genji heilen? Er hat Kuh gedrückt. Das ist da, wo man... Pass auf, guck mal. Jetzt sehe ich mal, wie weit ich in der Luft war. What the fuck? Er hat mich nicht mal richtig realisiert. Nur nix liegedrückt. Die Genji-Ultis kannst du echt... Einer für alle, ey. Ja, das ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Was nicht immer das Gleiche ist, sind die Videos von Nephias und Goro bei. Deswegen lass dir noch ein Ab-Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Haut erstmal rein. Tschüss. напис Hauter�� nix. Bis dahin. Tschüss. Komm heri. Unsere r Bertin. Unsere rsi. Unsere rsi. Untertitelung des ZDF, 2020